Wie könnte dir du echtes Angesicht, da dein unendlich helles Licht bis in verbordne Gründe siehnt, ein Haus, der fällig sei? Es schleicht sich eitrig, halt mein Weg an allen Himmeln ein, wo deine Helligkeit erzieht, da muss die Wohnung rein und es ist lust, es will dich sein. Hier wird nichts Menschenklaft, drum lass dein Auge offen stehen und gnädig auf uns gehen. So liegen wir in all der Freude dir, gefahren und dem Opfer unserer Liebe vor deinem Tronen näher und tragen ihn mit Wunsch in Andacht für. Wunsch in Andacht